Ich spiele den Porno-Film-Produzenten Chaser-Rap, aber es ist ja eigentlich kein Porno-Film, den wir drehen, sondern ein Sex-Film. Also damals gab es ja noch keine Porno-Filme. Sex-Film war ja, so wie heute, was ganz, ganz Schlimmes. Okay, Prost! Ero onorata, perché credo che sia già un grandissimo regista, una bellissima persona, un gran regista e per me era bello, perché era un ruolo comico. Quindi in Italia ho fatto uno dei suoi ruoli drammatici, per cui era per me interessante. Ma anche lo che fai tu è... Das war bei uns ganz unkompliziert, also gar nicht die Biene, sondern das war dann sehr liberal und das ist ja so eine Elternausbildung, was tendenziell keine Porno-Film. Und danke für euren Applaus und für eure Stimme.